Jetzt zeig mal hier, komm Fabi, globale Elite Ich fick mich jetzt erstmal selber in den Klatsch Ja 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 Der war vorhin T-Apps Äh hinten mein ich, äh A-Apps, sorry Die Calls Minus 2 Der's low Nein O, MoCC Nice Der dick des Jahres Hast du das letzte Bellodefinale angeguckt, ich hab überziehen geile Flash Team Wolltest du einfach drück das Fenster drück, oder? Nein A-H-H-H-H-H Lass mich in Ruhe. Oh, komm mal, wir machen Waffenturm. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, Junge, ich hab Maxim so wegfliegen gesehen. Ich würd gerne wissen, warum ich Legs habe. Gerade auf Max-Einstellung. Gar kein Problem. Legs wie Beine? Zum Gehn Nee, misst das mal. Ich hab ein Plus, wenn du willst. Ist das geil, ne? Ich würde sagen, es gab Games wo ich mehr abgelenkt war und mehr Kills hatte. Ja, ja! Also... Entferne euch das halt mal. Ich soll es machen, das ist halt nicht deine Mainland. So klar! Alter, meine Reflection ist wie von einem Zahnfußtierring. Mit allem nicht! Könnt ihr ein Spiel-Jungle? Naja, immer noch besser als Dicke von Apps anzugucken. Leute, das war das beste Video. Alter, ich war eine halbe Sekunde hinter dir. Ich war eine halbe Sekunde. Ich bin Speedy Bee, Speedy Boo. Die schnellste Hase aus Mexiko. Fies. Hallo, ich war Mutter. Die Arme. Let's go, ich trag euch die Gmb. Ich kann einmal über Half-Wall flashen. Seid ihr ready? 6. Gute Flash. Das ist einfach Hase angekauft geschmissen. 990 KP. Alter, die sind für mein HP zurück, Junge. Das ist das Team, Junge. Wir gehen rein. Heil mich, Junge. Naded mich. Ich bin tot. Oh, Digger. Mich fehlt gleich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, wir gewinnen das jetzt noch. Ich finde ich. Nee, Jimmy. Das ist der Gute, der vor Ort bekommt. Tschüss. LOL. Digga, was? Was? Okay. Noch mal. Ja. 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 Oh nein. Let's go. Put it up. Put it up. Put it up. Put it up. No better. Ich bin blind. Nein. Ja. Auf geht's. Geil. Geil du Bart. Ich bin, Junge. Ich bin. Ich bin. Alter, mein ganzes Wunheim gewinnt, glaube ich. Ich bin. Ich bin. Alter. Alter. Du bist. Und der Rots Swoop in den Kopf. Waschalack. Was eine Legende. Ich hole mich Researcher. Ihr back muss behörden. Hier. In 1, 2, 3 In 1, 2, 3 tot In 1, 2, 3 tot In 3 Ich hunge 2, 1 tot 3, 2, 1 1, 2, 3 Der gönnt sich Oh nein Oh nein, die sind auch so dumm Wie hast du das denn gemacht? Snacks Junge, sind das Snacks? Ja, schloch einer Ja, 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 ja Letzterer stellt ihr auch Zeit Einfach mal durchz... Oah, haa Messer, Messer, ja Ja Ach du heilig Rechtsklick Rechtsklick Macht mehr Damage Nicht links Rechts Ich hol's! Oh, der gibt mir 14! Ich hab den 14 gekriegt. Hitten, hinten, ja hinten. Einen noch. Du hittest den, du holst den, Lukas. Das ist deiner. Ja komm, Lukas. Komm. Komm, du hast den. Jaaaa! Hol den Mann! Ey, komm mal, der geht jetzt. Fini hat das. Nein, glaub ich nicht. Alter. Doch, hast du. Glaub dran. Smoke drauf. Links aufm Spot. Links aufm Spot. Du hast die Granate? Nein. Digga, das kann nicht wahr sein. Klar, bitte ohne Tilt. Ohne Tilt, das war doch... Also, Hase auf, bitte. Hase, wie ist dein Tilt-Level? Also, wollen wir nicht spielen, oder wie? Stark! Also, eigentlich schon, ja. Ich dachte, Geld wäre da. Hase, ja, Hase sneakt immer. Hase baitet wieder rein, wie der letzte Huchensohn mal zu. Ich mach interaktives Lupus-Gameplay. Favi, bitte nicht. Favi, bitte nicht. Favi, okay. Lauf. Lauf. Kein Bock mehr, ist der Lauf, oder? Kann's deckeln. Kann's deckeln. Kann's deckeln. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich hab 60er kriegen. Oh, ich liebe es mit euch. Was für 60er, Bruder? Frick it. Hase ist einfach gequittet. Ich fahre wie Trolls rein. Oh, ich kann gleich richtig gut schlafen. Ja, so viel Spaß hab ich seit Jahren nicht mehr. Ich hab nie mehr viel Spaß. Mal hast du dein Besten gegeben. Ja. Ist halt lang. Ist halt lang. Du bist mit Hase. Hase ist nicht im Disco. Ich hab ihn sogar noch getroffen. Er hat 50 AP, Junge. Nice try, Hase. Nächstes Mal wird besser. Sleep well, little son. Der Typ frisst seine Tastatur gerade auf. Ja. Ja. Er baut seine Grafikkarte wieder auf. Er schickt ihn wieder zurück. Drei Wochen. Danke.